Wo stehen wir am Kryptowährungsmarkt aktuell eigentlich und vor allem, was können wir in den nächsten Wochen erwarten? Wie verhalte ich mich persönlich in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden? Über all diese Themen sprechen wir jetzt in Ruhe. Du kannst dir aktuell über BitGet bis zu 1163 US-Dollar als Bonus abholen als neuer User. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du am Ende des Videos. Und damit ein herzliches Hallo. Ich hoffe, du bist wunderbar an diesen Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar. Das würde mir und dem Video extrem helfen. Ich möchte mit dir heute über das Thema aktuelle Marktsituationen sprechen. Eine Situation, die schon einige Zeit anhält. Da zeige ich dir gleich einige Daten zu. Wenn du noch Vorschläge für weitere Themen hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und falls du irgendwelche Fragen haben solltest, kannst du sie ebenfalls unten in die Kommentare schreiben. Damit ich sie bestmöglich beantworten kann. Wenn wir uns aktuell den Kryptowährungsmarkt ansehen, da wissen wir, dass die Marktkapitalisierung bei uns ungefähr 1,2 Billionen US-Dollar liegt. Das ist alles andere als ein extrem bullischer Wert, den wir hier gerade sehen. Denn die meisten Kryptowährungen, und das muss ich dir nicht erzählen, sind in den letzten Wochen kontinuierlich gefallen. Aktuell liegt der Bitcoin ungefähr bei 30.500 US-Dollar, ETH unter 2.000 und das zieht sich dann wie ein roter Faden durch alle möglichen Kryptowährungen durch. Aktuell sehen wir zwar wieder einige grüne Zahlen, doch das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass wir wieder in einem Bullenmarkt sind und dass der Preis pro Kryptowährung kontinuierlich nun am ansteigen ist. Denn den Boden, den haben wir vielleicht noch gar nicht gesehen. Wenn wir uns mit allen möglichen Daten beschäftigen, dann kommt uns sicherlich als allererstes auch mit in den Sinn, mal auf die Inflation in Deutschland zu gucken. Mittlerweile haben wir eine Inflationsrate von 7,9 Prozent erreicht. Das ist der höchste Wert, den es in Deutschland seit der Aufzeichnung 1963 gab. Wir haben es also hinbekommen, ein absolutes All-Time-High in dieser Hinsicht zu erreichen. Das ist alles andere als positiv. Es gibt also neben den Faktoren im Kryptowährungsmarkt eben auch noch finanzrelevante Themen, die sich auf Krypto mit auswirken. Denn die Inflation ist nicht nur in Deutschland hoch, sondern die ist zum Beispiel auch in den USA hoch und in vielen weiteren Ländern, über die zum Teil gar nicht berichtet wird. Außerdem haben wir immer noch geopolitische Spannungen, die sich natürlich auch auf die gesamte Finanzwelt gerade auswirken. Damit möchte ich einfach kurz aufklären, dass es eben nicht diesen einen Punkt gibt, der sich auf den Kryptowährungsmarkt auswirkt, sondern dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die ineinander greifen und dadurch diese Dynamik eben herstellt. Denn es ist ein Irrglaube zu glauben, dass der Kryptowährungsmarkt komplett autark von allen anderen Märkten eben läuft und dass der Kryptowährungsmarkt nur am Steigen ist. So sieht die Realität nicht aus. Wenn wir uns zum Beispiel auch die Daten von Matthew Highland angucken, der hat nämlich mal aufgeschlüsselt, in welcher Phase wir uns hier gerade befinden. Und zwar hat der Bitcoin es hinbekommen, die viertlängste Downtrend-Phase hier einzuleiten, seitdem der Bitcoin existiert. Die längste Phase haben wir zwischen 2014 und 2015 gesehen. 404 Tage dauerte diese an. Dann ging das Ganze weiter zwischen 2018 und 2019. Das kennen wir, nachdem das All-Time-High bei 20.000 US-Dollar erreicht worden ist. 364 Tage, also auch circa ein Jahr. Anschließend haben wir diese Phase nochmal zwischen 2019 und 2020 gesehen. 261 Tage und mittlerweile sind wir hier auch schon bei ungefähr 200 Tagen, die wir mittlerweile in diesem Downtrend uns befinden. Und warum gucken wir uns hierbei eigentlich die Bitcoin-Daten an und nicht die Daten anderer Kryptowährungen? Das ist relativ einfach zu erklären, denn der Bitcoin und die meisten Altcoins korrelieren nun mal miteinander. Das heißt, fällt der Bitcoin, dann fallen meistens eben auch die meisten Kryptowährungen. Sollte der Bitcoin steigen, dann hat das ebenfalls Auswirkungen auf die anderen Kryptowährungen. Wir sehen also, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, in der es aus meiner persönlichen Wahrnehmung her für mich sehr viel Sinn macht, kontinuierlich zu akkumulieren. Denn diese Phase kann eben noch einige Zeit anhalten und wenn wir uns aber dann doch noch die historischen Daten ansehen, dann merken wir eben, was der Bitcoin eigentlich für eine Bewegung hingelegt hat, wie diese eben wunderbar parabolisch verlaufen ist. Wir sollten uns als nächstes die Daten von Kapo auf Krypto ansehen. Hierbei geht es um die Korrelation zwischen dem Aktienmarkt und dem Bitcoin. Aktuell sieht die Korrelation eben nicht mehr identisch aus, wenn wir uns die Grafik ansehen, denn zum Beispiel geht der S&P 500 kontinuierlich nach oben und der Bitcoin schafft es eben nicht, diese Bewegung hier entsprechend mit umzusetzen. Wobei dieses Bild mittlerweile auch schon einen Tag alt ist und der Bitcoin ebenfalls etwas mit angestiegen ist. Das heißt, die Korrelation, die besteht immer noch bis zu einem gewissen Grad, aber sie hat eben auch abgenommen. Und das Spannende ist, dass er eben hiermit aufzeigt, dass der Aktienmarkt zwar im Aufwind ist, der Bitcoin aber eher nach unten gegangen ist und es in der Vergangenheit so aussah, dass der Aktienmarkt in diesen Situationen in den nächsten Tagen und Wochen dann wieder eine Kehrtwende machen kann. Das sind nämlich die historischen Daten, die er ausgewertet hat, denn das ist eine Situation, die wir bereits historisch gesehen haben und die aufgrund der Daten durchaus berechtigt ist, dass man diese Annahme also trifft. Das kann also sein, dass der Aktienmarkt nun wieder in einer Kehrtwende sich befindet, einen Wendepunkt wieder einleitet und erst einmal wieder nach unten geht. Aber wir sprechen hier natürlich nur von Spekulationen, denn am Ende des Tages wissen wir es nicht genau und brauchen natürlich mehr Daten, um die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Das Ganze wird dann wunderbar kompletiert von Rack Capital, der sich mit der aktuellen Situation ebenfalls auseinandergesetzt hat und zwar geht es darum, ob wir es nun hinbekommen, nicht nur etwas anzusteigen beim Bitcoin, sondern eben auch den Widerstand zu durchbrechen, um dann eine Rally einzuleiten. Und das ist aus der Sicht von Rack Capital gerade noch nicht der Fall, denn wir sehen zwar, dass wir einen Anstieg gesehen haben, dennoch wissen wir, dass der orange Widerstand, den wir hier eingezeichnet sehen, bei ungefähr 32.000 US-Dollar liegt und dieser muss erst einmal nach der Ansicht von Rack Capital durchbrochen werden, um überhaupt eine Rallye Richtung 35.000 US-Dollar einleiten zu können. Wir befinden uns also in einer Situation, die auf dem Papier positiv aussieht, aber noch nicht in dem Fall eine Rallye einleitet, so wie wir uns das alles erhoffen. Und das Ganze passt dann eben auch gut zum Beispiel mit den Daten zusammen, die wir hier zum Beispiel durch in dem Fall CoinShares bekommen im Digital Asset Fund Flow Weekly Report. Und hier sehen wir zum Beispiel in der vorletzten Woche massive Abverkäufe der Kryptobestände. Dort wurden über 141,2 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin und Co. abgestoßen. Also auch hier gab es eher die Entscheidung, Bestände wieder loszuwerden, anstatt eben die eigenen Kryptobestände für Unternehmen, also institutionelle Anbieter und so weiter, eben weiterhin aufzubauen. Die Frage, wie ich mit dieser Situation umgehe, ist relativ einfach beantwortet. Ich akkumuliere kontinuierlich weitere Bestände, denn in der Grafik, die wir hier sehen, sehen wir eben, dass dieser Downtrend schon einige Zeit anhält. Und ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass das noch einige Monate andauern kann. Und solange wir in dieser Phase sind und dadurch gute und günstige Einstiegspunkte bekommen, muss ich persönlich für mich eben die Entscheidung treffen, ob es Sinn macht, mehr Bestände zu organisieren. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir diese Phase wahrscheinlich in der Zukunft nicht noch einmal sehen werden. Nicht, dass wir also diesen langen Downtrend sehen, der wird sicherlich nochmal auftreten, aber dass wir eben die Preise sehen, die wir aktuell am Markt eben so haben. Den Bitcoin für 30.000, vielleicht sogar nochmal für 28.000 US-Dollar zu bekommen, das ist schon eine ziemlich günstige Nummer. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Das gleiche gilt für ETH, das gleiche gilt für XRP, für Quant, für BNB. Es spielt gar keine Rolle, auf welche vernünftige Kryptowährung du das anwenden möchtest. Und deswegen wende ich in der Regel auch DCA an, Dollar Cost Average. Also investiere ich kontinuierlich einen fixen Betrag in einem wöchentlichen Tonus, um also hier einen schönen Durchschnittseffekt hinzubekommen und dadurch meine Bestände kontinuierlich aufzubauen. Ich persönlich bin tiefenentspannt in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir haben schon eine Menge mitgemacht und ich bin der Meinung, dass wir auch noch eine Menge sehen werden und wir werden wahrscheinlich, jedenfalls ist das meine persönliche Ansicht, auch in Zukunft diese Preise nicht nochmal erleben. Vor allem nicht, wenn wir aus diesem Bärenmarkt herausbrechen und wieder Richtung Bullenmarkt unterwegs sind. Dann sind wir wahrscheinlich wieder auf einem Weg, der in den letzten Monaten mal erreicht worden ist, wo der Bitcoin dann auf einmal über 60.000 US-Dollar stand und sich alle darüber geärgert haben, in der Vergangenheit nicht die Entscheidung getroffen zu haben, in Krypto zu investieren. Zum Beispiel bei 16.000, als sie die Möglichkeit dazu hatten. Das ist ein Beispiel. Das heißt also zusammengefasst, ich persönlich sehe diese aktuelle Situation immer noch mit Spannung auf uns wirken. Wir befinden uns immer noch in einem Bärenmarkt und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon den Boden erreicht haben, wobei ich aber da darauf hinweisen muss, dass ich natürlich keine Glaskugel habe und nicht explizit weiß und wissen kann, was in Zukunft passiert. Ich persönlich akkumuliere weiterhin Bestände in die Kryptowährungen, also das heißt die Kryptowährungen, die ich quasi sowieso aufgebaut habe und wo ich bestimmte Bestandsziele erreichen möchte, weil ich davon ausgehe, dass wir auch wieder in einen Bullenmarkt kommen werden, wodurch wir dann massiv profitieren. Das ist meine persönliche Ansicht, aber mich würde natürlich auch deine Ansicht interessieren. Deswegen schreib gerne mal unten in die Kommentare, wie du zu dem ganzen Thema stehst. Glaubst du, dass wir den Boden schon erreicht haben und vor allem gehst du davon aus, dass wir nochmal in den kommenden Monaten in einen Bullenmarkt eben eintauchen? Das Ganze würde mich extrem interessieren. Lass uns also gerne unten in den Kommentaren einfach mal über das ganze Thema diskutieren. Du hast es bereits mitbekommen, ich bin ein großer Freund von verschiedenen Handelsplattformen. Ich persönlich bin überall dort angemeldet, wo ich gute Angebote bekomme und über den ersten Link in der Videobeschreibung kannst du dich auf BitGet registrieren und kannst, wie initial schon angesprochen, einen Bonus bis zu 4.163 Dollar erhalten. Du registrierst dich also über den ersten Link in der Videobeschreibung und guckst dir dann einfach mal die ganzen Gutscheine an. Hier gibt es eine Menge Dinge, die du zu beachten hast, aber du kannst dir die ganzen Bedingungen gerne einmal durchlesen für BitGet und dann kannst du sicherlich auch den ein oder anderen Bonus mit abkassieren. Doch ist das der einzige Vorteil an BitGet? Nein, natürlich nicht. Wenn du dir die folgende Grafik ansiehst, da siehst du, dass wir hier gerade in einer exklusiven Kampagne unterwegs sind. Zwischen dem 27.05. und 3.06. kannst du an dieser Kampagne im Jahr 2022 teilnehmen und hier hast du die Chance, bis zu 50 Dollar aus einem Preispool zu erhalten. Und du kannst jetzt schon direkt mit 20 US-Dollar Tether, die du auf dein Vertragshandelskonto einzahlst, direkt einen Handelsbonus von 20 US-Dollar abkassieren. Und wie gesagt, wenn du in dem Fall 50 US-Dollar einzahlst, dann nimmst du ebenfalls an der Geschichte teil, an dem Gewinnspiel und bekommst auch nochmal einen Handelsbonus von 50 US-Dollar Tether. Alleine schon mit den 20 US-Dollar Tether nimmst du natürlich an dem Preispool von bis zu 20.000 US-Dollar teil, die dann letztendlich darauf hinauslaufen, dass du eben bis zu 50 Dollar nochmal obendrauf bekommst. Alleine schon die Einzahlung von 20 US-Dollar Tether kann ohne Risiko gemacht werden. Du kannst die Bestände nach dem Gewinnspiel auch wieder runterholen von der Plattform, wenn du möchtest, denn so hast du schon die Chance, dir 50 Dollar einfach so abzuholen. Und BitGit selber ist eben eine sehr, sehr spannende Plattform, auf der wir alle normalen Werkzeuge eben haben, die wir so auf einer Handelsplattform eben kennen. Ob es nun der Futures-Markt ist, ob es eben die Spot-Märkte sind oder sogar Copy-Trading, diese ganzen Elemente kannst du sofort benutzen, wenn du registriert bist auf der Seite. Du kannst theoretisch auch an Trading-Wettbewerben teilnehmen, wenn du das möchtest, über KCGI. Das musst du aber natürlich nicht tun. Das sind einfach weitere Funktionen, die theoretisch möglich sind. Du solltest sowieso, wenn du dich mit dem Thema Trading noch nicht beschäftigt hast, erst einmal dir Wissen aneignen. Das ist der allererste Schritt und der wichtigste Schritt. Und dann solltest du erst einmal mit Demokonten anfangen zu arbeiten, bevor du einen einzigen Cent wirklich aktiv im Trading-Bereich eben versenkst. Denn da schwimmen natürlich auch einige Risiken mit in dem ganzen Sektor. Und da solltest du extrem auf dich aufpassen. Das ist natürlich nichts für Anfänger. Trotzdem ist BitGet eben eine der interessantesten Handelsplattformen, weil wir hier super neue Kryptowährungen haben, die direkt hier gelauncht werden, die gelistet werden und die du hier direkt handeln kannst. Aber natürlich auch alle bekannten Kryptowährungen können direkt hier gehandelt werden. Wir haben einzigartige Produkte. Wir haben ein hohes Sicherheitsmanagement. Wir haben natürlich eine hervorragende Kundenbetreuung auf der Seite. 24-7 online kannst du immer mit jemandem Kontakt aufbauen, um eben Fragen beantwortet zu bekommen. Und du kannst natürlich auch über Mobile Devices, über den Notebook usw. handeln, wenn du das eben möchtest. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass BitGet mittlerweile mit sehr, sehr großen Vereinen zusammenarbeitet, wie zum Beispiel Juventus Turin oder Galataserei oder auch im E-Sport-Bereich unterwegs bist mit Team Spirit oder der PGL. Das ist eine Turnierserie. Du siehst also, BitGet ist international aufgestellt, kann eben durch diesen seriösen Faktor hier punkten. Und du kannst, wie gesagt, davon profitieren. Melde dich über den ersten Link in der Videobeschreibung an. Du kannst dir damit eben deinen Bonus bis zu 4.163 US-Dollar abholen und ohne Risiko auch an der exklusiven Kampagne teilnehmen, wenn du das möchtest. Das ist sicherlich der beste Weg für dich. Gut, ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.